So, dann willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luca und ich bin heute mal zu Hause, aber es geht zumindest um den Nürburgring. Ja, Winterpause, äh, unschwer zu erkennen. Im letzten Shorts habt ihr auch gesehen, mein Track-Tool ist erstmal eingewintert in der Garage. Es stehen aber ein paar Veränderungen an, nicht so viele wie letztes Jahr, aber doch ein paar, mehr als geplant zumindest. Da geht es aber gleich zu, denn gerade eben, vor gar nicht so langer Zeit, hat der Nürburgring seine Touristenfahrtendaten, vor allen Dingen für die Nordschleife, im kommenden Jahr 2022 annonciert. Auch kommt Priekurs und das schauen wir jetzt mal an. Dazu wechseln wir auf den Computer, auf die Nürburgring-Seite, nurburgring.de und da gibt es auch noch ein geiles neues Feature, denn die Seite wurde ja vor gar nicht so langer Zeit überarbeitet. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, wie gesagt, nurburgring.de und dann gehen wir hier auf, äh, fahren, Touristenfahrten, oder aber wir gehen, und das zeige ich euch direkt, in unseren Account hier oben, wenn ihr einen habt, müsst ihr noch auf Profil-Anzeigen gehen, denn wie gesagt, die Seite wurde ein bisschen überarbeitet. Hier habt ihr direkt einen Überblick über Datum, logischerweise, dann Temperatur, Wettervorhersage und die Daten für, äh, die Öffnungszeiten für Touristenfahrten auf Kronbrikus und Nordschleife, Webcams habt ihr hier auch noch, bla bla bla, könnt ihr auch eure Karten zuweisen, Guthaben aufladen und den ganzen Blödsinn. Das Einzige, was es leider nicht mehr gibt, ist die Anzeige, wie viele Runden man in der Saison schon gefahren hat. Ähm, fand ich immer ein cooles Feature, dass man es direkt sehen konnte. Man kann sich hier, glaube ich, so einen Einzelnachweis, ja hier, mein Guthaben, und dann könnte man, kann man sich hier so eine Historie angucken, aber sonst nichts. Aber, kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Sachen, und zwar, fahren Touristenfahrten, und dann schauen wir uns das hier mal an, Touristenfahrten, Nordschleife, Öffnungszeiten. Und zwar geht's los im März, am 12. März von 8 bis 18.30 Uhr, am Samstag. Also, das ist unser Stichtag, 12.03., 8 Uhr, vorne an der Schranke. Genau, am Sonntag hat der Ring auch direkt wieder von 8 bis 18 Uhr offen. Und dann eine Woche nicht, aber dann geht's auch schon unter der Woche los, Richtung Ende des Monats, Ende März, wobei 21. noch nicht so ganz Ende ist, fast noch Mitte. 17.30 bis 18.30 Uhr, erstmal eine Stunde, hier immer am Sonntag, dann nochmal. Und danach, ab dem 28. schon eine Viertelstunde, und dann geht die Saison wieder so richtig los. Genau, April geht's dann so weiter, und dann alles wie gewohnt hier bis 19.30 Uhr, ab dem 1. April schon, und ja, herrlich, wunderbar. Grand Prix-Kurs macht ein bisschen später auf, und zwar erst im April am 13., Mittwoch den 13. 2 Stunden, und am Freitag den 15. dann sogar 10 Stunden lang. Für alle, die, die das wollen, Grand Prix-Kurs 13.4. Und Nordschleife, wie gesagt, ab dem 12. März. So, dann kommen wir noch zu einem weiteren, ziemlich geilen Feature. Wie gesagt, die Nobring-Seite wurde über den Winter ein bisschen überarbeitet, war nicht nur über den Winter vor gar nicht so langer Zeit, irgendwann mal zwischendurch fast. Dafür geht ihr hier auf Events, Quatsch, auf Haaren, auf Weitere, und dann habt ihr hier Trackday, Lehrgänge und Testtage. Und da könnt ihr euch jetzt alle Trackdays angucken, die auf der Nordschleife sind und auf dem Grand Prix-Kurs und dann noch unterteilt in Sprintstrecke und Gesamt. Und zusätzlich, damit da keiner durcheinander kommen kann, eigene Rubrik Motorrad und nochmal eine separate Sparte für Rennfahrzeuge. Also für reine Wagenpass-Fahrzeuge, verschiedene Anbieter, natürlich Freitagstraining der VLN oder NLS oder wer das auch immer jetzt genau ist und hier halt ganz normal Automobil. Dann könnt ihr hier beispielsweise gucken, All4Track, Grand Prix-Strecke, Nordschleife, Sprintstrecke, alles schön mit da drin. Perfekt. Nurbring.de, schaut euch da einfach mal um. So, kommen wir noch zu ein paar Weiterungen oder was heißt Weiterungen, zu ein paar Updates zum Tracktool. Wie gesagt, eingewintert ist das ganze Ding seit Ende November, Saisonkennzeichen. Im Nachhinein ärgere ich mich da ein bisschen drüber, dass ich das gemacht habe, weil das Geld, was ich spare, werde ich dann irgendwann mal wieder für den Hänger ausgeben, wenn es nämlich bald zu 4.13 Motorsport geht. Ja, warum geht es da hin? Erstmal vorher werde ich die Hinterachse ausbauen und ja, vielleicht kennt es ja ein oder andere E46 Hinterachse, immer mal wieder ein Problem, Hinterachsaufnahmen reißen gerne mal ein. Ist nicht wahnsinnig schlimm, sollte man aber nicht sich selbst überlassen. Deswegen werde ich mir da ein paar Bleche für kaufen, die ich dann da einschweißen lasse, damit das Ganze wieder, also erst Risse zumachen und dann halt die Bleche rein, damit da nichts weiter passieren kann. Dann werde ich ein paar neue Lager für die Hinterachse direkt mit reinschmeißen, logischerweise, was genau, weiß ich nicht, muss ich mich noch drum kümmern, halt ja noch im Moment Zeit. Und danach geht es zu 4.13 Motorsport nach Duisburg und dann kommt ein KW Club Sport rein. Zweifach, das reicht erstmal. Das habe ich mir bestellt auf der S-Modorshow. Grüße nochmal an Michel und an Tim. Danke nochmal für den coolen Deal. Und genau, das wird so wahrscheinlich, hoffentlich, vermutlich im Februar alles passieren, damit ich dann auf Achse direkt wieder zurückfahren kann. Und dann, hoffentlich geht der Plan auf. Zwölf Tage später, ungefähr, geht es dann zum Ring, vielleicht hoffentlich. Alles steht natürlich noch aus, arbeitsmäßig und so weiter. Aber die Updates sind erstmal geplant. Sonst nix, aber das reicht ja auch erstmal. Der Wagen ist super gelaufen. Klar, neue Bremsflüssigkeit, ein paar Pads vorne, also Bremsbeläge und so weiter. Also der Klassiker, neuen Satz Reifen. Aber ansonsten bleibt das erstmal so. Fahrwerk kommt neu, Hinterachse wird neu gelagert und dann schauen wir mal und halt verstärkt und dann schauen wir mal, was da so passiert. Ja, das war nun ein kleines Update-Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Was habt ihr so im Winter an euren Tracktools vor? Baut ihr vielleicht eins komplett selber neu auf oder generell euer erstes Tracktool? Habt ihr irgendwelche Winter-Updates, gar nix, was auch immer? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und wir sehen uns ganz bald schon wieder. Danke fürs Einschalten, macht's gut und ciao!